Wir sind in Österreich Gott sei Dank sehr gut durch die dritte Welle gekommen. Ganz so ist es nicht, auch er hat sich da relativ stark durchgesetzt, würde ich sagen. Vielen Dank nochmal wieder für den interessanten Austausch. Mit Verlaub Herr Wolf, das tut mir sehr gut. Ist das der deklarierte Wille, das wir in diesem ÖVP? Über weite Strecken wird es ja wohl gut zusammen, glaube ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.